Jetzt. Yo, Freunde. Was haben wir heute wieder Schönes? Endlich mal wieder eine schöne Waffe. Uralt? Na, Überraschung. Habt ihr ja im Thumbnail gesehen, ne? Da ist das gute Stück. Ja, was ist das eigentlich? Ähm, tja, Kaliber 68 sage ich bloß. Was könnte das sein? Ja, ganz klar eine Paintballpistole. Ein Riesenteil, relativ schwer, hauptsächlich aus Plaste. Was mir aber eher so wie Glasfaser verstärkter Kunststoff aussieht. Weil das sieht so sehr, naja, sieht jedenfalls irgendwie danach aus. Es ist wirklich stabil, es ist nicht mal runtergefallen. Die Anregung dazu kam eigentlich. Deswegen, äh, der gute Riepe hat in seinem Kanal gezeigt, wie man so einen hässlichen Kunststoff schwarz färben kann bei einer Airsoftpistole. Da. Weiter. So, Störung ist wieder vorbei. Das Catering hat eben grad was zum Essen reingebracht. Na, ist egal. Also, warum habe ich das Ding hier überhaupt wieder vorgekramt? Mensch, das Ding ist auch von 1997 oder so. Ähm, der gute Riepe hat in seinem Airsoftkanal gezeigt, wie man andersfarbigen Kunststoff schön schwarz färbt. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das will ich auch mal probieren. Das gute Teil, äh, aus der Garage hervorgewühlt. Und, naja, eigentlich ist das ja für die Entenjagd gedacht. Oder, ne, für den Besitzer der Enten. Egal. Jedenfalls habe ich das Ding schon mal teil-demontiert. Es ist alles schon zerlegt, äh, das Innenleben ist schon draußen. Ähm, kurz nochmal zur Sache, Mensch, das wurde ja ganz aus dem Konzept gebracht. Also, das ist so, äh, ein Halbautomat, würde ich mal so sagen. Also, man muss, man kann schießen. Ganz normal, hier hinten kommt eine CO2-Kartusche rein. Der Schuh, äh, es muss repetiert werden, indem man das hier hinten rein drückt. Zack. Dann wird die, äh, Knarre vorgespannt oder die Kugel. Magazin ist hier oben. In den Lauf hinein, verschlossen. Und beim Schießen, äh, schnappt das wieder zurück. Das ist so eine ganz einfache Funktionsweise. Äh, wenn das Spiel, äh, schnell ist, hast du damit gleich wieder verloren. Es sei denn, du kannst besonders gezielen. Hat bloß ein paar Meter Reichweite. Über Kämmer und Korn wurde gezielt. Jeweils, was für mich interessant war, hier unten ist der Lauf und hier oben kommt das Magazin rein. Dazu gehören noch so eine kurzen Plasterröhrchen, die schiebst du von hier vorn rein. Naja, wenn man die Knarre dann nach unten hält, repetiert es natürlich nicht beim Schießen. Leicht nach oben halten, die Kugeln rutschen nach. Wie gesagt, und dann bei jedem Schuss, wo das Ding hier betätigt, man kann schießen. Ich wollte es bloß mal ganz kurz gezeigt haben, hat damals relativ wenig Geld gekostet. Das war die Backup fürs Paintball schießen. Es hat wirklich funktioniert, seltsamerweise. Hat jahrelang gehalten, obwohl es keine teure ist. Ich weiß auch noch nicht mal. Hier steht doch nicht mal irgendwo eine Firmenbezeichnung drauf. Ich würde es mal sagen, China, hm, was weiß ich. Hier sind diverse Nummern eingestanzt. Oh, ich habe die Waffennummer 460. Wenn das mal nicht ist, ne. Na jedenfalls, äh, was soll ich sagen. Ein F-Stempel ist natürlich ganz schwach drauf. Kaliber 68. Paintballkugeln. Na gut, wenn jemand im Internet suchen will, das Ding heißt irgendwie Splat Master. Marking Pistol. Und immer noch kein, äh, Firmenname irgendwo. Na egal. Jedenfalls kommt dazu noch mal ein schönes Review, wenn das Teil dann Spaß ist, ne. Tschüss Freunde. Kaliberkugeln. 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 Vielen Dank.